Musik Ich denke, das ist ziemlich gut, also was war da in Neuwienthal von der S-Bahn, dass da doch mega klar geht. Ja, was geht mega klar. Ja, genau, Neuwienthal des 5. Min. von Haro. Also mit der S-Bahn geht es mega klar. Die 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 S-Bahn geht es mega klar. Ja, Dankeschön. Ja, wir beschäftigen uns auch ein bisschen mit französischen Texten. Es ist sehr schön, Dietrich spricht ziemlich gut, ich ein bisschen. Und ja, wir kriegen das irgendwie, Herr Dietrich hat nämlich auch gefranseisiert.